Sieht so ne One-Shot-Sniper auch One-Shot, wenn man jemanden ins Bein trifft? Ja, auch ein Zehn. Ist ja unlogisch. Na gut, wenn du mit nem M107, also Marke Barrette, auf nen Menschen oder auf nen Zombie schießt, so auf die Schulter, dann fliegt der Arm weg. Na gut. Glaube ich dir mal. Und da ist umgefallen. Dass ich Zombies One-It-Ziehe, das ist klar. Da tue ich mit jeder Sniper leider. Was heißt leider, gut so, aber... Wäre denn noch interessiert, wie viel du möchtest? Ach. Wie viel manitierst du? Ähm, 2934. Sehr gut. Ja. Bin ich auch. Das heißt, wir brauchen... einundzwanzig Bloodbugs. Ah, wir sind gleich hier zu Hause, ne? In der Tat. Wir kennen langsam diese Gegend wieder. Russische Sniper, ey. Komisch. So, mal eben Zeugs abladen, beziehungsweise neu auslösen. Kannst du schon mal zum AKW laufen? Ja. Mach ich. Das sieht mal aus, wenn man ihn einfach nur so hinschmeißt. Kaum sind wir zu Hause, schon regnet. Das ist wie Sau. Hm. Ähm. Wo hattest du die Mie abgestellt? Da, wo letztes Mal auch? Oder... Ah ja, ich sehe sie. Sicher? Ja, ich sehe sie. Und das... Da hinten ist sie. Achso, da. Ja, sehr gut. Sehr schön. Da müsste man mit so ganz vielen Spielern so eine Mossi-Armee bilden und dann jemanden in der Base mit Granaten bewerfen. Ah, die Viecher haben ja drei Granaten. Ja. Okay, so. Erstmal ordentlich was abladen hier. Schön, dass es auch noch weg ist. Ach, da hinten auf dem Platz. Ja, klar. Da passt jetzt... nichts mehr rein. Toll. Ähm, warte. Ha. Ähm... Wir brauchen irgendwie noch mal was, um ein bisschen was zu lagern. Ja, ein Safe. Jetzt kannst du wieder ein bisschen reinpacken. Ah, warte mal. Was hab ich denn hier? Guck mal. Eine Windschutzstelle kann man reintun. So, jetzt hab ich schon mal keine Waffen mehr in meinem Rucksack drin. Oh, ich bin so ein Idiot. Sondagen. Ja, gut. Ja, das so. Nicht los hier. Na, warte mal. Ich hab gerade den Autoreifen weggepackt. Ach, der liegt denn hier hinten. Interessant. Alles klar. Wieso auch nicht? Na, okay. Pass da eh nichts mehr rein. Dann tue ich den Autoreifen erstmal nochmal in meinen Rucksack rein. Was soll denn das jetzt? Warte mal. Warte mal, essen brauche ich noch. Bacon Beans. Oh, ich muss essen und trinken. so da habe ich sie auch mal wunderbar ich habe irgendwie kein volles blut mehr aber ja ich bekomme gerade auch wieder dazu ich war gerade ein wenig verwundert oder war ja genau hier liegt was leidung oder so habe ich da gerade in gelös wo es meinen ich bräuchte ich bräuchte noch mal schüssel wieder ja meinen flug schlüssel ich dachte wir sind schönen einsitzern so dass das schon mal den heli an machen schlüssel steckt oh oh arbeit das für einen dicken mündungsfeuer dämpfer da vorne hatte mimi wolltest du nicht weg gehen ja mal ganz schön laut jetzt weißt du warum ich den sound jedes mal umstelle ja 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 mias dios so wie lange haben wir eigentlich schon 1515 ist 150 ach ja hier ab dem sehe ich auch 1 50 krisi keine mission gerade am start was da los was ich schon war los und irgendwann auto sie ist doch mal bescheu ich glaube das machen wir jetzt ja auch was das ist eigentlich mega produktiv autos liften und verkaufen gehen weil die autos sind ja relativ teuer und das gleiche geht auch für den verkauf momentan sehe ich aber leider nirgends autos wenn ich leute gerade auf dem server angenehm würde jetzt eigentlich gerne mission machen aber es sind leider keine gespawnt nach sind schon da ich gehe einmal kurzer die beiden zählte ja doch erzählte da du kannst du mich verkaufen und du darfst sie mal flippen ja ich habe auch noch zwei wochen habe ich nicht mehr okay ich würde sagen hat sie mitgenommen weil es ganz weiß was viele bluten das ne ja ja klar so hier war auch irgendwann der barrel eine hier hinter glaube ich und warum kann ich aufnehmen eine m8 also wie eben auch schon was macht aber ich kann sie nicht aufnehmen wieso kann ich nicht aufnehmen wunderschön ach hier die auch hier liegen noch mal g36a liegt hier dann auch noch mal rum noch ein standard magazin dann noch eine mp5 sieht das jedenfalls aus 5 und hier hat jemand das zählt umgefahren und hier liegt ein gang weg wie latsch oder nur normales nur ein normales kann weg und das soll doch doch okay die beiden waffen verkaufe ich dann mal ich habe mal gerade die sechs oder sieben die wir haben voll gemacht okay noch so jetzt machte die alle einzeln strecken ich kann wo kann ich die m8 verkaufen beim schwarzmarkthändler das ist der wenn du von unserem heli aus der erste händler links der glaube ich nicht so der z in der hand hat also eine snapper ah ja okay ganz klar und neuen gold für welche für die m8 das ist heftig ja kaufe das das ist jetzt ein schwerer wenn es voll ist oh ja jetzt habe ich 2 und z gold so und war noch die g36 jahre wie 22 und z ja stand aber bei der stand eben neuen gold ich schaff das sie nein nein verdammt nein das ist muss zum heli kommen ja wieso ja weil ich überburnt bin weil ich 2000 gewicht habe weil ich die fübers aufgeführt habe oder sind verdammt schwer okay nein ich kenne mich eben gerade verguckt das war für bei ich habe mir angucken wo bist du denn ne ich bin ja erst mal da rumkrochen einfach mal provisorisch wenn wir schon hier sind die wir führen war der kannst mal zum heli kommen und dann mal wieder einsteigen ja halt in weg verkauft mal die drei waffen hier ok ich frage mich was ich für die ksvk kriegen würde ich werde mal nachgucken ich habe heute geil hier was naja die dicke hier m2 49 oder was auch immer war das dicke maschinengewehr aber was auch immer war das